Diana and Laura Nein, das ist nicht richtig. Warum? Weil du nicht weißt, wie man richtig baut. Ich weiß nicht, wie man baut. Ich werde es dir zeigen. Los geht's. Ich baue ein Bett. Ah, ein Kissen und eine Decke. Ah, was macht sie da? Diana, was ist das? Ich baue einen Geheimraum. Lass uns zusammen bauen. Okay. Wir brauchen ein Sofa hier. Ah, und ein Fernseher hier. Ah, und ein Fernseher hier. Fertig. Hurray. Schau dir den Geheimraum an, den wir gebaut haben. Super. Ich bin hungrig. Lass uns eine Pizza Margherita essen. Ja. Ja. Ja, ich möchte eine Pizza Margherita bestellen. Jo. Tschüss. Tschüss. Wir warten. Ah, unsere Pizza. Das ist unser Haus. Das ist unser Haus. Also, das ist unser Haus. Aber wir haben ihn gebaut. Geht weg. Wie bekommen wir unseren geheimen Raum zurück? Ich habe eine Idee. Oh, Donut. Ich mag Donuts. Yummy, yummy. Aha. Yay. Entschuldigung für das schlechte Verhalten. Ich versuche, mich zu bessern. Hm, ich glaube ihm. Lassen wir ihn gehen. Okay. Okay.